herzlich willkommen zu dem video zum thema sicherheit gibt es sicherheit ich werde eben ganz oft gefragt von leuten ja gibt es sicherheit oder viele erzählen mir eben ich fühle mich so unsicher ich habe angst nicht die kontrolle zu haben weiß nicht was ich machen soll ich fühle mich nicht sicher ich habe vielleicht eine neue bewerbung laufen bin einer neuen beziehung und fühle mich unsicher also das thema sicherheit ist für viele menschen wichtig wie du vielleicht das wenn du meinen kanal schon kennst aus allen meinen videos weißt geht es nie um sicherheit sondern es geht um unsicherheit und eben die angst vor kontrollverlust also genau genommen geht es immer um unmacht wenn du meinen kanal und meine videos kennst weißt du das aber jetzt zum thema ist sicherheit es ist ein wichtiger aspekt denn viele sagen ich hätte gern sicherheit oder wir leben gerade in unsicheren zeiten und so weiter dann sage ich immer also ich weiß jetzt nicht sie stimmig da ein bisschen blöd manchmal ich weiß nicht was du meinst was was meinst du mit unsicheren zeiten ja man weiß überhaupt nicht was so passiert in der ganzen welt die kriege die unruhe und ruhen und und sage okay ich glaube das gab es schon immer oder ich bin sicher und jetzt ist es nicht anders aber was möchtest du du möchtest sicherheit okay also dann sage ich immer alles klar ich erzähle dir jetzt mal ein bisschen was darüber und gebe dir einen plan oder eine idee in bezog auf sicherheit ich nehme dich jetzt mal mit zu meinem flipchart und dann schreiben wir vielleicht auch mal oder ich natürlich das wort sicherheit hin okay sie setzt hier steht das wort sicherheit gut warum steht es da klar weil es gewünscht wird menschen wollen sicherheit jetzt müssen wir verstehen was ist denn überhaupt sicherheit beziehungsweise warum hast du sie nicht was denn daran schlimm dass es sie nicht hast denn wenn du nicht verstehst und was wirklich geht kannst du natürlich nichts machen also gehen wir mal einfach davon aus beziehungsweise was ist das gegenteil davon unsicherheit ich schreibe es auch noch mal hin und sicherheit so das ist das gegenteil davon jetzt schauen wir uns mal das auf und ab im leben an dass du weißt auf was ich raus möchte wir haben hier das siehst du das kennst ja aus meinen videos wenn du meine videos schon kennst wir haben hier so eine sinus kurve das ist das auf und ab im leben da gibt es eine mittellinie das ist positiv das ist negativ ich hoffe man kann das alles richtig sehen ich denke schon ja oder ich sehe es ja wenn du sicherheit möchtest möchtest du wahrscheinlich dahin oder auf jeden fall in diesem bereich da fühlen sich die meisten menschen oder unser autonomes nervsystem uns unser ego nennt es wie du es möchtest sicher hier beginnt wenn sie runter geht beginnt schon der bereich der unsicherheit wenn du also sicherheit haben möchtest musst du dir klar machen dass die sicherheit ist nicht nur sollte nicht nur hier oben sein die sicherheit sollte auch hier unten vorhanden sein dass du weißt ich fühle mich mit der unsicherheit auch sicher denn wenn du vom leben jetzt sprichst wenn du sagst okay das leben ist ein auf und ab da gibt es diese amplitude eben und diese sinus kurve diese welle im leben wenn du immer nur sicherheit möchtest sagst ich möchte einfach sicher sein wo ich bin ich möchte hier mich in diesem bereich aufhalten es fühlt sich einfach besser an dann wirst du bist du aber auf dem falschen weg dann bist du möchtest du dass du dich vom leben abtrennst jemand der sicherheit möchte ist vom leben getrennt ist vom leben getrennt und das ist das gefährliche dabei immer wenn du etwas möchtest egal was möchtest du irgendwas nicht und da beides zum leben zusammen oder dazugehört wirst du immer wenn du etwas möchtest oder es nur einseitig möchtest immer vom leben getrennt sein möchtest du vom leben getrennt sein dann herzliches beileid das macht keinen sinn wenn du also sicherheit haben möchtest das gibt es deswegen habe ich das video so genannt es gibt sicherheit sicherheit bedeutet auch zu wissen also einfach zu wissen dass es alles gibt es gibt das positive wie das negative das schöne gefühl wie auch das negative gefühl das ist sicher es gibt dinge die wir nicht verändern können nicht wollen oder nicht sollen zum beispiel eins ist sicher und das ist gewiss du bist wirst mit absoluter sicherheit einmal sterben also in diesem leben wirst du mit absoluter sicherheit sterben mit absoluter gewissheit mit absoluter ungewissheit wenn du dich nicht auskennst wirst du den zahl du wirst den todeszeitpunkt nicht kennen mit absoluter gewissheit wirst du einmal sterben in diesem leben mit absoluter ungewissheit wirst du wissen wann also der todeszeitpunkt ist meist sehr ungewiss wenn man sich jetzt natürlich ein bisschen damit beschäftigt mit palmblättern lesen und so und du findest jemand der deine geschichte in den palmblättern findet da weißt du auch dann kannst du auch sehen und genau erfahren wann du stirbst ist halt nur die frage ist es sinnvolles zu wissen könnte man schon auf den normalen menschen ist es absolut gewiss die absolute gewissheit du wirst einmal sterben und die absolute ungewissheit ist wann es gibt also gewissheit und ungewissheit es gibt sicherheit du wirst sicher sterben und es ist sehr unsicher wann wie gesagt wenn du es nicht weißt so aber das ist das leben dass die polarität die dualität das gehört dazu wenn du dich also gegen das leben wehrst wenn du sagst ich möchte sicherheit dann möchte ich jetzt nur da oben sein sagen wir mal so ich schreibe es jetzt mal ja sehr egal welche farbe hier schreibe ich jetzt mal sicherheit hin das wäre so das was die meisten menschen wollen sie sagen ich würde gern wissen was sache ist das gibt mir sicherheit dieses gefühl und dass da unten wäre dann muss ich dir mal rücken zu drehen das ist unsicherheit dafür das fühlt sich nicht gut an also das ist nicht schlimm das macht unser körper unser gehirn automatisch es wird sich nicht wohl fühlen ich komme es näher an ich glaube dann siehst du es auch besser das gehirn fühlt sich nicht wohl wenn es in diesem bereich sich abspielt also das ist die untere halbwelle wo die gefühle negativ sind da fühlt sich unser gehirn nicht wohl unser körper natürlich auch nicht da fühlen wir uns schon etwas besser heißt also wenn du sicherheit möchtest möchtest du in diesem bereich sein lehnst unsicherheit ab weil sie die angst macht das heißt du bist automatisch vom leben getrennt dass das geht so nicht du kannst nicht nur hier sein du kannst auch nicht nur hier sein wenn du leben möchtest wenn du vom leben nicht abgeschnitten oder getrennt sein möchtest musst du dir klar machen du darfst dich nicht vom leben trennen indem du nur irgendetwas möchtest oder festhält die absolute sicherheit gibt es nicht das leben ist lebensgefährlich sozusagen du könntest jeden moment sterben kleine kleinigkeit du knickst um fällst auf den kopf und bist tot da machst du dir wahrscheinlich keine gedanken drüber musst du ja auch nicht wäre ja auch übertrieben aber macht dir klar sicherheit ist nicht das problem die menschen haben nicht das problem mit sicherheit sondern sie haben das problem mit unsicherheit sie wollen keine unsicherheit das flippt schon wieder ein bisschen hoch machen darum geht es doch es geht doch darum dir klar zu machen um was also geht es jetzt hier wirklich und was möchtest du wenn ich das video angesprochen hat mir sagt oder schreibt beziehungsweise spricht jemand über sicherheit ja natürlich weil du angst hast vor unsicherheit ich habe mir genug genau überlegt wie soll ich denn das video überhaupt nennen schreibe ich es gibt keine sicherheit dann schauen sie sich die wenigsten menschen an sicherheit ist eine illusion wäre der nächste titel wo sich kein mensch das anschaut nur menschen die sich dessen bewusst sind werden sozusagen wie soll es nennen werden sich diesem ganzen thema widmen okay also macht ja klar es geht hier nicht um unsicherheit um sicherheit würde ich sagen es geht hier um unsicherheit was kannst du jetzt also damit anfangen mach dir klar wenn du vom leben nicht getrennt sein möchtest dann geht es darum dieses auf und ab des lebens kennenzulernen das ist das was alle meine videos zeigen dir klar zu machen du wurdest irgendwann traumatisiert der körper lehnt diese gefühle ab und versucht eben zeit seines lebens davon wegzulaufen zu fliehen und wenn du das nicht verstehst wenn du das nicht händeln kannst wirst du zeit eines lebens eben mit weglaufen bedeutet also wenn du lernst das anzunehmen das anzunehmen dass die gleiche gültigkeit hat dass es also gleich gültig ist ich ja immer sagen du und jetzt halt falsch drin es soll nicht egal sein sondern sollte die gleiche gültigkeit haben ob du da oder da oder wo auch immer du bist das wäre natürlich das beste das wäre das optimale wie du das machen kannst ist ganz einfach wenn du als sicherheit in deinem leben möchtest dann musst du dir klar machen solange du das hier ablehnst lehnst du nicht nur das leben habe ich schon mehrfach wiederholt habe sondern du lehnt letztendlich gefühle ab du lehnt sein sein ab wenn du als auch in der unsicherheit sicher sein möchtest dann musst du sicherheit bekommen dem deshalb so hat meine kurze unterbrechung die kameras sind ausgefallen beide durch überhitzung ich hoffe es geht jetzt richtig weiter das heißt also ich war jetzt beim punkt dir klar zu machen wenn du sicherheit haben möchtest warum nicht dann musst du dich mit der unsicherheit auseinandersetzen denn nur wenn du keine angst mehr vor der unsicherheit hast kannst du mit diesen zuständen die den organismus hier ablehnt sicher und souverän umgehen also behaupte ich schon auch es gibt sicherheit du kannst sicherheit haben du musst dich nur der unsicherheit widmen wenn du mit der unsicherheit unsicher bist oder wirst weil es deinem gehirn angst macht was völlig menschlich und normal ist wirst du weglaufen du wirst nie sicherheit bekommen also mach dir klar wenn du sicherheit möchtest dann musst du dir dem lauf des lebens bewusst werden das leben geht so dass es auf also ein auf und ein ab auf und ab wenn du dich dann nicht mehr dagegen wehrst hast du die absolute sicherheit du wirst in der unsicherheit oder körper reagiert wo die atmung schneller wird wo du dich nicht mehr wohlfühlst auf absolut sicherem terrain bewegen wenn du weißt was passiert wenn du also weißt dass deine gefühle in deinem körper dich ablenken dass deine gefühle im körper den körper eng machen dass dann dein denken ausrastet weil dein körper sagt ich habe angst und du nicht verstanden hast moment mal ist denn hier wirklich etwas gefährlich gerade nein in der regel nicht wenn wirklich was gefährliches wäre du bist jetzt im dschungel und es kommt ein löwe auf dich zu dann macht auch angst keinen sinn dann wäre furcht angezeigt sich zu fürchten zu sagen okay ich habe furcht dass was passieren könnte also bleibe ich ruhig damit ich nicht zum beutetier werde wenn du angst hast erstarrst du machst du gar nichts mehr oder toleranz verlaute angst weg angst lähmt immer angst ist ich würde mal sagen eine form von unbewusstheit total menschlich aber nicht zieldehnlich wenn du angst hast vor dem tod dass du gefressen werden könntest in der regel hat man jetzt nicht unbedingt immer nur angst dass der löwe dich auffrisst sondern von schmerzen dass es wehtut bevor du stirbst weil er dich zerfleisch weil er dich beißt klar wenn du aber nicht voll im leben stehst und hast angst davor klar es ist menschlicher normal aber dann wirst du irrationale dinge machen die dann definitiv kritisch werden können wenn du aber voll im leben stehst ich bin jetzt nicht ständig im dschungel und wenn ja würde ich mich darauf vorbereiten dass ich das minimieren kann dann haben wir ja das problem nicht dass dann raubt hier ist unsere reptilien dahinten geht immer davon aus wir sind in gefahr und rennt ständig mit dem flight and fight modus entweder weg oder darauf zu wenn du also dir klar macht das leben ist lebensgefährlich das leben ist eine absolute unsicherheit dass es muss wichtig sein jetzt du wirst nie sicherheit erhalten denn du weißt nicht was passiert das ist aber nicht schlimm das leben ist ein fließen du weißt nie wann wo was passiert ein fluss der fließt entlang du wirst auch niemals wie sagt man zweimal in denselben fluss steigen weil das wasser bereits vorbei also diese art von wasser oder diese ja wassermoleküle schon vorbei sind das ein fluss da unser gehirn aber alles kontrollieren und verstehen händeln möchte versuchen wir das leben festzuhalten wir glauben ja vielleicht glauben wir es auch unbewusst auf jeden fall wir wollen kontrollieren wir wollen genau wissen was ist morgen ich habe eine klausur ich habe einen vortrag oder ich habe ein date ich würde gern wissen was soll ich jetzt anziehen und was soll ich machen und alles ja in ordnung wenn es dir spaß macht wenn du aber nicht merkst dass es schwierig wird weil du denkst wenn ich nicht ja der dresscode nicht stimmt oder was auch immer dann könnte die frau oder der mann oder wer auch immer denkt was denn das für ein mensch was auch immer du denkst oder gedacht wird in der regel denkst du es nicht selbstständig und freiwillig wird dir zum verhängnis wenn du nicht sagen kannst es geht doch gar nie um sicherheit sonst geht darum dass unsere biochemie unser körper angst hat vor dem gefühl dass irgendwas auf uns zukommt das uns in ohnmacht und hilflosigkeit bringt es geht immer nur um ohnmacht und sicherheit wenn du wirklich sicherheit möchtest dann bist du lebensfremd dann versuchst du irgendwas zu kontrollieren was es nicht zu kontrollieren gilt und was nicht geht wie nochmal das leben ist ein ständiger fluss du kannst nie wissen was in der nächsten sekunde passiert das macht es doch auch spannend wenn du aber wirklich sicherheit möchtest dann nur weil du angst vor der unsicherheit hast die unsicherheit ist aber wieder nur eine worthülse denn darunter steckt angst vor kontrollverlust ich habe angst dass ich es nicht kommen sehen habe ich habe angst dass ich nicht geliebt werde ich habe angst dass ich was verliere was auch ganz liebenswert und menschlich ist klar aber fatal wenn du also sicherheit möchtest die gibt es da macht dir klar die absolute sicherheit ist die unsicherheit die absolute sicherheit ist dass das leben ein fluss ist und die absolute sicherheit ist auch wenn du die haben möchtest dass es deinem gehirn deinem körper und wenn du nicht aufpasst auch dir stress machen wird da kannst du sicher sein also wenn du sicher sein möchtest wenn du sicherheit im leben haben möchtest dann macht dir diese sinus kurven klar diese unsicherheit klar dieses auf und ab klar macht dir klar dass es total menschlich und normal ist diese angst vor unsicherheit zu haben aber du bist nicht dein körper du bist nicht deine glaubenssätze deine programme du bist weitaus mehr wenn du also leben möchtest dann solltest du am leben teilhaben alles was du möchtest was du erreichen möchtest ist nicht per se schlecht aber es wird die angst nach wenn es nicht nicht kontrollierbar wird es ist kein problem wenn man irgendwas erreichen möchte mich hat neulich jemand gefragt weiß nicht vielleicht habe ich es in dem video schon mal erzählt ich habe nicht die frage nicht kommen sehen klar woher auch und ich wusste auch nicht was ich antworten werde bis ich geantwortet habe es hat jemand gesagt du michael hast du noch ziele und dann habe ich selbst gehört was ich gesagt habe weil ich die frage so noch nie gehört ich habe gesagt nur ängstliche feige nur ängstliche menschen haben ziele feige habe ich nicht gesagt aber es fällt mir jetzt gerade ein letztendlich hätte ich sagen können nur ängstliche und feige menschen verfolgen ziele das klingt jetzt wahrscheinlich krass naja frag dich doch mal warum verfolgst du ein ziel du möchtest von a nach b warum möchtest du von da dahin das habe ich in meinem letzten video das ist gerade gar nicht wie es heißt ich glaube auf der flucht oder sowas ähm ne ich habe keine zeit was auf der flucht dazu möchte ich noch ein anderes video machen ich habe keine zeit habe ich das ja auch erklärt es spricht nichts gegen ein ziel wenn man im business tätig ist und einen rentabilitätsforscher macht für eine finanzierung oder ein business plan dann hat man das ziel von a nach b zu kommen mehr kunden zu gewinnen mehr umsatz zu machen das ist ja alles in ordnung dann hat man eine grobe richtung wenn man sich daran nicht festhält gar kein problem dann brauchst du einfach so die idee da möchte ich hin das ist völlig in ordnung man kann es immer am besten selbst testen für was möchtest du ein ziel egal für was wenn du sagst ja ich habe das ziel eine neue beziehung zu finden ist das schlimm ist das überhaupt nicht schlimm prüfst du doch aufs stress wenn du sagst ich habe das ziel es sollte eigentlich kein ziel sein eher ein wunsch jetzt kann man fragen ist das ein unterschied weiß ich nicht musst du prüfen ich habe den wunsch oder das ziel eine neue beziehung zu haben oder einen neuen job zu finden was auch immer ja ist doch schön wenn du allerdings ständig angst hast dass du dein ziel nicht erreichen wirst oder dass der wunsch nicht erfüllt wird dann merkst du gar nicht moment mal das ist nicht einfach nur ein ziel oder ein wunsch das ist angst die mich dahin treibt die angst davor vielleicht allein zu sein oder keinen job zu finden und dann ist es sehr stressbeladen das darum geht es mir du kannst immer alles also glaube mir einfach also glaube mir nichts nicht einfach mir alles glauben wollte ich sagen sondern prüfst du auf stress und du sagst ja ich verfolge ein ziel oder ziele ja ja die machen stress und du weißt auch noch ja ja klar das wird mich auf jeden fall früher ins grab bringen ja läuft dann läuft es doch wenn du sagst ja ich bin lebensmüde und ich möchte gern früher sterben und davor möchte ich noch viel stress haben also du kannst ja nur durch stress letztendlich mitunter durch stress sterben das ist doch alles prima bevor du dich irgendwo umbringst und die sauberei zu hause ist dann mach einfach stress dann versuch ständig ziele erreichen zu wollen dann bist du schneller tot wie du denkst wenn dich die qual davor nicht stört und du sagst ich gehöre mir ja sonst nichts ja dann ist doch alles in ordnung und du sagst was habe ich denn für ziele ich prüfe die einfach mal ich schreibe die auf und dann sage ich mir das möchte ich erreichen das ist mein ziel und was ist und jetzt kommt eben die gegenprobe was ist wenn ich es nicht erreiche kein problem ja aber das ist doch kein problem also kein problem du kannst ja ziele haben wünsche haben dann sagt ja aber dann ist es ja einfach das ist ja wenn ich sage ich kann ich setze mir ein ziel wenn ich es nicht erreiche schlimm ist es nicht so eine larifare geschichte so ich weiß es nicht wie man das anders nennen könnte ich übernehme keine verantwortung doch doch du solltest verantwortung übernehmen wenn du aber nur ein ziel verfolgst und ich weiß was du machst du übernimmst du keinerlei verantwortung das soll ja nicht so ein lma standpunkt sein ist mir sowieso alles scheißegal dann würdest du das video jetzt auch nicht anschauen prüfe immer alles wenn es geht auf Stress ist natürlich schwierig weil unser Ego uns ja immer was vorkaukelt sagt ja ist alles gut und du merkst selbst gar nicht dass du gerade so gemacht hast weil du dich ja selbst nicht beobachtest dann merkst du nicht ich habe gesagt ist alles gut ich glaube es auch noch mein Körper sagt aber nein das ist ein Mist Sicherheit gibt es absolute Sicherheit gibt es dahingehend zum Beispiel meine Methode sagt ja also das ist übrigens nur ein Teil meiner Methode ich wundere mich immer wieder wenn Leute sagen Michael ich mache schon lange deine Methode und es ändert sich nichts und sage ich du machst meine Methode echt jetzt das kann ich mir jetzt nicht vorstellen ja doch ich habe deine Videos gesehen sage ich ja und ja du erzählst doch über deine Methode und sage ich nö das mache ich nicht ich erzähle Techniken teilweise die dich weiterbringen zum Beispiel dein Gefühl gehen Dinge wahrzunehmen oder jetzt wie hier dein Bewusstsein zu erweitern aber das ist ja nur ein methodisches Vorgehen meine Methode wirst du Zeit eines Lebens nicht ansatzweise erfassen weil du gar nicht so denkst wie ich ich habe nichts Neues erfunden ich habe nur eine Idee ein methodisches Vorgehen und dazu gehört viel viel mehr ich habe nicht ansatzweise auf meinem YouTube Kanal erklärt um was es wirklich geht weil das ist bisher kam ich gar nicht dazu weil so viele tolle Wünsche da sind sehr oberflächliche Wünsche zwar aber damit beginnen wir ja mit der Oberfläche die arbeite ich erstmal ab bis ich dann irgendwann werde ich es machen weil es langweilt mich auch langsam immer das gleiche erzählen zu müssen irgendwann werde ich auf höhere Ebenen gehen klar bin jetzt auch gerade dabei einen Videokurs vorzubereiten den ich dann machen werde über MB Methode was ich wissen soll Fortschritten oder Advanced wo man dann mal wirklich nur ansatzweise eine Erfahrung dann an und kriegt was meine Methode macht wenn also jemand sagt ich mache da eine Methode es wird nicht besser oder eher schlimmer was ja gut wäre dann kommst du ja weiter da nach unten dann würde ich sagen du kannst gar nicht meine Methode machen du kennst die ja gar nicht außer mir kennt die niemand denn es ist ein methodisches Vorgehen das kann nur ich kennen du was machst du denn ja ich setze mich hin und versuche mich scheiße zu führen wie du es auch sagst und gehe da rein und sage ach so das ist so eine Minimal Cues nennen wir so eine Technik eine der Anfängertechniken die ich einfach mal entwickelt habe ist ja auch falsch ich einfach mal zu jemandem gesagt habe pass auf du läufst ständig vor deinen Gefühlen weg Zeit deines Lebens weil du unsicher bist geht immer noch um Sicherheit und das treibt dich an das bringt dich irgendwann um also mach dir klar du bist zu viel im Kopf jetzt geht es darum mehr in den Körper zu kommen also setz dich hin schließ deine Augen versuch den Schmerz mal zu provozieren also absichtlich dich in negative Situationen zu bringen dass du endlich mal die Kontrolle hast dass du mal sicher wirst dass du sicher sagen kannst ja ich habe durch einen Teilaspekt von Michaels Methode mal erfahren ach so ich bin ein ganz normaler Mensch ich habe ein ganz normales Bauteil im Kopf als so ein Reptilien das nie ein Upgrade bekommen hat und mein Flight und Fight Modus wird mich halt immer versuchen in Sicherheit zu bringen weg von der Unsicherheit okay deswegen mache ich viel Sport verliebe mich ständig arbeite viel und 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 jetzt lerne ich durch Michael die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen bevor ich ständig weglaufe soll ich mal stehen bleiben und jetzt nicht nur stehen bleiben sondern aufs Thema zugehen geht aber nur wenn du diese einen den Anfänger Teil meiner Methode verstanden hast dass du sagst okay ich setze oder lege mich mal hin versuche die Gefühle zu provozieren weil dann entscheide ich mich wann ich mich scheiße fühle nicht irgendjemand der sagt Michael was ist mit dir los und ich merke dass mein System out of order ist und ich wieder im Flight and Fight Modus bin Point of no return ist überschritten ich kann gar nichts mehr machen dass ein Anfänger Teil Tool das ich mit meiner Methode Vorschlage setze dich hin versuche das zu fühlen aber ich sage immer in all meinen Videos bitte mach das bloß nicht wenn du nicht sicher und stabil bist eben Sicherheit hast nicht die nötige Sicherheit hast dir klar zu machen da tauchen extreme Gefühle auf in all meinen Videos warne ich mehrfach davor mach das bloß nicht einfach ich sage auch immer wieder ich mache das auf YouTube ja auch mit niemandem du wirst in YouTube nie auf meinem Kanal nie eine Meditation finden die dich da reinführt weil es wäre ja grob fahrlässig unverantwortlich eine Trance zu machen wo ich mit jemandem da reingehe ich kenne dich ja gar nicht ich weiß ja gar nicht was du für ein Thema hast und da es immer noch um tiefe Themen geht um die vermeintlichen Tod wäre es grob fahrlässig deswegen warne ich in all meinen Videos mach das bloß nicht einfach wenn du es dir nicht zutraust und ganz sicher zutraust dass du mit heftigen Energien umgehen kannst und wenn du es dir nicht zutraust hol dir professionelle Hilfe in geschützten Rahmen Psychologen Therapeut Coach was auch immer jemand der das wirklich handeln kann und glaub nicht dass du mal schnell ein kleines Problem holen kannst hochholen kannst ein kleines Problem werde ich sehr schnell in die absolute Tiefe führen es gibt keine kleinen Probleme es gibt sowieso nur ein Problem deswegen gibt es auch nur ein Thema das man lösen muss wenn Leute sagen ich habe gerne mal einen Termin bei Ihnen ich habe so viele Probleme ich sage es gibt nur eins und ich gehe mit Ihnen auch nur an das eine Problem an die Ohnmacht und Hilflosigkeit alles andere ist Zeit und Geldverschwendung das alles was ich bisher sagen konnte was ich sonst mache ich erkläre dir sehr viel dass du dein Bewusstsein erweitern kannst weil das ist unerlässlich dass du verstehst okay das kann man alles lernen ich bilde ja auch in meiner Methode aus das kann man verstehen lernen und nur dann wenn man was versteht kann man was machen und da die Menschen meistens hier Fragen stellen auch auf YouTube oder bisher auf jeden Fall in den Kommentaren merke ich okay die haben keine Ahnung es stellt ja nur jemand eine Frage der überhaupt von nichts eine Ahnung hat wo ich mich dann auch manchmal schon wundere über die Fragen oft weil das erkläre ich in all meinen Videos aber das ist eben genau das normale menschliche Menschen glauben dass sie eine Ahnung haben und haben aber 0,0 Ahnung was normal ist die wollen Sicherheit dann stellen sie eine Frage ich beantworte es dann mit meiner Standardantwort ich schaue dir alle Filme an und dann weiß ich ob sie dann enttäuscht oder beleidigt sind der hätte jetzt einfach nur antworten können nein wenn ich auf eine Frage antworte kommen tausend neue Fragen weil du es nicht kapiert hast jemand der eine Frage stellt hat nichts verstanden was ja normal ist deswegen stellt er Fragen da er nichts verstanden hat warum er die Frage stellt wird er auch die Antwort nie verstehen können wird auch mit einer Antwort nichts anfangen können manchmal verbiete ich Schülern in meiner Ausbildung dass sie überhaupt Fragen stellen weil ich weiß das ist jemand der ist nur im Kopf der fragt und fragt und dann gebe ich ihm eine Antwort und auf die Antwort entstehen dann aufgrund dieser Antwort die er hat entstehen fünf neue Fragen das hört ja gar nie auf also wenn du verstehen möchtest wie kannst du absolute Sicherheit erlangen musst du dich mit der Unsicherheit auseinandersetzen mit der Ohnmacht und das ist nur ein Teilaspekt meiner Methode zu sagen okay ich erkläre dir wie es geht und in meinem Grundkurs in der MB Methode es gibt ja einen Online-Kurs dafür das kannst du in der Beschreibung hier unten sehen auf meiner Webseite da gehe ich mit dir durch in die Gefühle durch die Gefühle zeige dir auch in diesem Kurs was für Fallen auftreten wo Unsicherheiten sind wie du sicher werden kannst wie du das wirklich auch allein schaffen kannst oder mit einem Therapeuten Freund, Freundin das kannst du alles schon auch alleine schaffen wenn du das dir zutraust oder mit in die Therapie nehmen wenn du jemanden hast der oder die dich professionell begleitet sodass du was machen kannst das erkläre ich ja in meinem Grundkurs wenn du dann mal den Grundkurs durch hast und endlich mal die Sicherheit über die Unsicherheit hast die Sicherheit über deine Biochemie dann können wir mal über den nächsten Punkt sprechen das ist ja das was ich machen möchte endlich mal weil ich es auf YouTube habe ich das Gefühl kann ich es bisher nicht machen aber gut liegt ja nur an mir aber ich werde jetzt einen Videokurs vorbereiten wo es wirklich in die höheren Ebenen geht also wenn jemand sagt ich habe deine Methode verstanden ich also den Teilaspekt der Methode und ich kann das schon mit meinen Gefühlen umgehen ich fühle mich da absolut sicher in diesem Teilaspekt des Prozesses meiner Methode und jetzt würde ich gerne weiterkommen ich würde gerne auf höhere spirituelle Ebenen kommen genau dazu werde ich irgendwann wenn ich jetzt die Zeit habe ich werde sie mir nehmen wieder einen Videokurs machen der wird wieder genauso günstig sein wie alle anderen Kurse auch wo du dir viel Zeit und Geld sparen kannst um die nächsten Ebenen zu erreichen ich weiß nur noch nicht wie ich es machen soll ob ich die Leute verpflichten soll ich weiß es nicht also ich werde sie sicherlich nicht verpflichten meinen Kurs zu machen das finde ich unseriös jemand zu einem Videokurs zu nötigen aber ich werde vielleicht ein Vorgespräch führen dass nicht irgendjemand sich jetzt einen Kurs kauft auf einer höheren Ebene mit dem er eh nichts anfangen kann dann wäre er unzufrieden ich weiß es nicht aber es ist doch nicht so wichtig wenn dir klar wird oder du dich fragst was hat mich jetzt an dem Titel angesprochen es gibt Sicherheit oder gibt Sicherheit ich weiß nur nicht wie ich den Titel jetzt nehmen werde ich werde auf jeden Fall den Titel nennen Sicherheit weil dann werden es mehr Leute angucken wenn ich reinschreibe es gibt keine Sicherheit wird es kein Mensch angucken die Leute sind viel zu feige um sich da zu begegnen nur das spricht sie halt nicht an das ist ja okay ich habe dich jetzt aber auch nicht verarscht oder getäuscht indem du sagst super jetzt gucke ich mir das Video an wo gibt es denn Sicherheit ja ganz einfach im Bewusstsein und im Wissen dass du wenn du die Unsicherheit verstehen und kennenlernst denk an das was ich auf dem Flipchart gerade gezeigt habe und du mit diesem ganzen Vorgang immer vertrauter wirst das ist ja ein dieser Teilaspekt meiner Methode in dem ich sage in meinem Grundkurs du musst da rein und da durch dann wirst du absolute Sicherheit haben du wirst wissen okay es kann gar keine Sicherheit geben Sicherheit ist ja völlig unnatürlich weil das Leben kann gar nicht sicher sein Sicherheit würde ja bedeuten du hättest Zugriff auf die Zukunft du wüsstest was in jedem Moment passiert das ist Unsinn das gibt es nicht deswegen bist du auch nicht hier auf diesem Planeten auf dem wunderschönen Planeten Erde in diesem perfekten Körper gelandet nein das Leben ist ein Fluss und nicht mehr und nicht weniger nur jemand der Sicherheit möchte hat Angst vor der Unsicherheit und jemand der vor der Unsicherheit Angst hat hat halt eben einfach Ängste und beschäftigt sich halt wahrscheinlich nicht damit deswegen bist du ja jetzt da also sorge dafür dass du immer mehr Sicherheit dahingehend bekommst das ist ja wichtig das finde ich schon wichtig Sicherheit haben zu dürfen sag ich mal wenn du sagst okay was habe ich jetzt bisher verstanden ausgrund des Videos von Michael es gibt keine Sicherheit weil das Leben total unsicher ist weil es fließt es kann gar keine Sicherheit geben es wäre ja völlig unnatürlich es wäre ja überhaupt nicht Leben es wäre kein Leben Leben ist Unsicherheit und es sollte sicher sein ich sage ja das Leben ist ein Fließen ich kann ja gar nicht wissen was im nächsten Moment passiert das ist doch gar nicht sicher eben das ist Leben ich bin lebendig Punkt super wenn der dann sagt nein 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 Freundin so nicht ich würde schon gerne wissen was nachher passiert dann sage ich achso du willst dich vom Leben abschneiden Donnerwetter herzliches Beileid denn dann bist du vom Leben abgeschnitten du versuchst die obere Amplitude zu halten um von der und bei der unteren hast du ja gesehen vom Chart da nicht rein zu geraten das ist völlig unnatürlich der Herzschlag also systolisch, diastolisch also Herz macht auf Herz macht zu das ist Leben das ist Exodus wenn jemand sagt ich wäre gerne immer da oben das ist Exodus das ist kein Leben das ist Unsinn das Leben ist Leben und es macht überhaupt nichts aus wenn man nicht den Wahnsinn hat Sicherheit haben zu wollen wenn du also im Fluss des Lebens sein möchtest wirklich lebendig da macht dir klar diese Phasen wo es da runter geht die machen dein Körper eng das lähmt auch dein Denken wenn du aber immer weiter mit diesem Grundaspekt meiner Methode da reingehst das erforscht macht das gar nichts mehr die würde ich nicht sagen die Schmerztoleranzgrenze wird höher aber durch dein Bewusstsein durch dein ständiges Bewusstsein was hier abläuft durch die Arbeit mit dem inneren Kind wie ich auch mit meiner Puppe so zeige schau dir alle meine Videos an dann weißt du was ich meine wirst du immer mehr dem Fluss des Lebens vertrauen wirst du immer mehr sagen ja es gibt Momente da geht es runter da geht es bei mir auch und da wird mein Gehirn auch blöd machen hallo ich habe keinen Schwachsinnskopf der sagt alles gut nein mein Gehirn wird auch sagen Moment was ist da los und da wird es kritisch Puls geht hoch Blutdruck geht hoch ja das kriege ich doch dann aber mit wenn ich dann einfach sage okay anscheinend hat mein autonomes Nervensystem gerade ein bisschen Stress okay dann ist doch in Ordnung das heißt dann weiß ich das ist Lebendigkeit das ist normal das ist es ist einfach normal und ich aber weiß dass das normal ist weil ich mich damit völlig auskenne mit jeder Situation kenne ich mich aus dann weiß ich ja klar ist okay dann bin ich ganz ruhig vielleicht atme ich mal langsam ruhig in den Bauch dass der Körper meldet oh Capniss auf der Brücke der gibt jetzt Anweisung Segel einholen hart Steuerbord weil es kommt eine Welle von rechts also Backbord und 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 ja okay alles gut Capniss auf der Brücke die im Kuh die hirnlos normal am Deck rumrennt weil sie nicht wissen was sie machen sollen sagen ah Capniss auf der Brücke hat jetzt Anweisung gegeben und dann wird sich der Körper beruhigen und sagen achso Capniss auf der Brücke Michael weiß was hier läuft der ist kein bisschen unsicher mit der Unsicherheit denn es reicht doch wenn dein Körper abends zu unsicher wird und Angst hat das Schlimmste was deinem Körper passieren kann du hast auch noch Angst stell dir vor ein kleines Kind dein Kind im Kinderzimmer schreit braucht einfach nur ja Zuneigung du musst einfach nur reingehen und sagen ich bin da ne jetzt schreist du im Wohnzimmer auch noch mein Kind schreit weiß ich was ich machen sagen super das hilft dem Kind dir wirklich wahnsinnig genauso braucht dein Körper wenn er leidet wenn er kurz durchdreht oder reagiert braucht er das Wissen dass du die Sicherheit hast so ist das Leben zu jeder Zeit kann irgendwas auftauchen was meinen Organismus stresst wo er wieder denkt ich muss wieder kurzfristig sterben oder so ja und wenn du weißt es ist gerade kein Tiger oder kein Löwe da und wenn doch dann bist du halt ganz ruhig dann wird wahrscheinlich auch nichts passieren wenn du also Sicherheit im Leben haben musst musst du wissen es gibt keine Sicherheit weil es wäre unnatürlich und dann dich fragen was ist eigentlich schlimm an dem Wort Sicherheit das ist gar nicht schlimm das Wort Sicherheit Sicherheit ist nicht schlimm das Blöde ist nur wenn jemand Sicherheit möchte weiß er ja gar nicht dass es dem Menschen überhaupt nicht um Sicherheit geht sondern dieser Mensch möchte die Angst vor der Unsicherheit verschleiern wenn dir also jemand sagt ich möchte gern Sicherheit du würdest sagen lass uns doch bitte über das tatsächliche Thema reden es geht nämlich nicht um Sicherheit sondern es geht um deine Angst vor dem Leben vor der Unsicherheit das ist doch das Thema niemand würde von Sicherheit sprechen wenn er keine Angst vor Unsicherheit hat wenn du jetzt mit jemandem irgendwo hingehst und sagst jemand sagt du wir laufen jetzt da mal lang jemand sagt hast du da keine Angst dass wir uns da verlaufen also bist du da wirklich sicher wo wir hingehen oder nö da laufen wir uns mal lang ja aber weißt du wo wir rauskommen nee aber du musst doch sicher wissen hast du keine Karte kein GPS nein wieso was hast du Angst wieso bist du so unsicher ja du nicht nein ich laufe jetzt da lang irgendwo werden wir rauskommen da passiert doch nichts und wenn wir uns nicht finden gehen wir halt wieder zurück was machst denn du für ein Theater lasst uns doch einfach mal loslaufen wir laufen ja jetzt nicht über eine Klippe wo wir abstützen können ohne Sicherung das macht keinen Sinn also jemand spricht nur über Sicherheit wenn er Angst vor Unsicherheit hat wenn er das Leben kontrollieren möchte also das macht unser Hirn automatisch deswegen ist es so wichtig wenn du einen Teil dieser Methode verstehen möchtest dir erstmal klar werden wenn du Sicherheit im Leben haben möchtest musst du mit der Unsicherheit deines Organismus umgehen lernen dein Organismus ist 24 Stunden unsicher und hat Angst immer aufgrund traumatischer Erfahrungen der Vergangenheit gehst du immer mehr in das Gefühl der Unsicherheit wirst du mit der Unsicherheit immer sicher umgehen können wird der Körper sagen okay das ist ja gar kein Problem mein Herrchen dreht ja nicht wieder durch oder mein Frauchen das scheint dir klar zu sein was hier läuft also mein Herrchen ist sicher dass es Unsicherheit gibt er kennt es schon durch einen Teilaspekt der MB-Methode er weiß schon wenn Gefühle auftauchen hat es sich gerne mal wieder was eingefangen denkt ach können wir doch kurzfristig sterben du weißt das stimmt gerade nicht also musst du auch kein Theater draus machen sondern sagt mir solange mein Körper noch denkt oder mein inneres Kind dass wenn es nicht geliebt und beachtet wird und nicht richtig performt könnte es kurzfristig mal wieder sterben heißt es ich habe noch nicht intensiv genug und nicht lange genug meine Zelle meine Zellen im Körper mein Unbewusstes mein inneres Kind mein Schmerzkörper egal wie du das nennen möchtest davon überzeugt dass ich keinen Stress jetzt mehr mache dass ich gar keine Lust auf Sicherheit habe das heißt die Manipulation Kontrolle haben und Unsicherheit verschleiern sondern ich bin da wenn ich mich oder mein Körper sich sicher fühle okay wenn ich auch okay dann bist du im Fluss des Lebens und das gibt dir wenn du möchtest die nötige Sicherheit dass du sagen kannst ja ich lebe und wenn ich mal unsicher bin dann weiß ich das gehört dazu das gehört zum Leben ich bin keine nicht lebensfremde oder eine Maschine die vom Leben abgeschnitten ist das gehört dazu wenn ich es mal händen kann gut wenn nicht dann hole ich mir halt Hilfe aber ich möchte einfach nicht ständig ins Leben eingreifen indem ich nicht merke dass ich ständig Angst vor Unsicherheit habe wenn du meine Videos kennst weißt es gibt nur ein Problem zu lösen das ist das Problem der Ohnmacht und Hilflosigkeit was jedes menschliche Gieren an sich also an sich oder in sich trägt an sich hat also alles okay also wenn du Sicherheit haben möchtest mach dir klar es gibt Sicherheit werde immer sicherer über deine Gedanken über deine Gefühle dann weißt du das ist okay dann hast du aber auch keine Angst mehr vor Unsicherheit dann wirst du sagen irgendwann ich brauche gar keine Sicherheit ich habe einfach gelernt wenn ich mich nicht gut fühle dann lasse ich das Gefühl zu dann weine ich dann schreie ich dann schimpfe ich ohne jetzt irgendwelches Heilungsgedöns draus zu machen muss nicht immer alles psychologisieren und Unsinn draus machen also wenn man sich auskennt am Anfang sollte man das schon mal machen und dann weißt du ja mal fühlst du es gut an mal gar nicht mal weniger gut und wenn jemand sagt und geht es dir einen Moment also mir geht es immer gut in meinem Körper anscheinend gerade auch gut dass du gefragt hast hätte ich jetzt vielleicht gar nicht mitbekommen oder jemand sagt du siehst aber nicht gut aus dann sage ich ja wahrscheinlich zeigt mein Körper dass er ein bisschen Stress hat vielleicht sonst drehe ich mich in die Kamera weil die da drüben gerade wieder ausging die geht jetzt wahrscheinlich auch gleich aus wieder zu warm geworden bei 4K und den Temperaturen hier wahrscheinlich durch die Strahler ist es so ich breche jetzt einfach aber ich höre jetzt auf bevor ich wieder neu anfangen muss ich habe ja auch schon alles gesagt wenn du Sicherheit haben möchtest lerne dich kennen schau dir alle meine Videos an und dann weißt du wie es geht so ich denke das war es bevor die Kamera abbricht mir gibt es auch nichts zu sagen bis zum nächsten Video der Michael ich halb